Manfred Schmidt, willkommen zurück in Wien. Nach dem gestrigen harten Abend sind die Gedanken schon beim Darby? In erster Linie sind wir dabei, gut zu regenerieren mit der Mannschaft. Wir haben viele Gespräche geführt, um das Spiel so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen. Ich habe ein gutes Gefühl. Die Mannschaft hat das gut eingeordnet, weiß, was sie für Fehler gemacht hat. Jetzt werden wir sich gut aufs Darby vorbereiten. Es ist eine kurze Vorbereitung. Bis jetzt ist uns immer gelungen, am Sonntag nach dem Europa-Cup-Spiel eine gute Leistung zu bringen. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht jetzt auch wieder so sein wird. Wie schätzen du den Gegner momentan ein? Die waren ein bisschen in einem Tief, hat man gesagt. Dann haben die letzte Runde aber ganz klar gewonnen. Wie sind die einzuschätzen? Was erwartet euch? In erster Linie ist es so, dass der ganze Klub irgendwo in einer kleinen Krise ist. Das, was uns ja nicht zu beschäftigen hat. Wir haben selber genug zu tun. Aber die Mannschaft hat es jetzt ein bisschen gefangen, ist ein bisschen stabiler geworden. Ich glaube, der Ferdel Feldhofer hat es geschafft, seine Linie durchzuziehen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in der Lage sein werden, ein sehr, sehr gutes Spiel zu machen. Es wird ein ausverkauftes Haus sein. Gute Stimmung, alles angerichtet für ein wunderschönes Darby. Gibt es irgendwas Neues bezüglich der Personalsituation bei euch? Nein, im Moment noch nicht. Wir fahren jetzt ins Stadion zurück. Da werden wir dann errühren, wie es aussieht. Im Moment gibt es keine Neuheit. Kommen wir noch einmal zum letzten Mal zurück auf den gestrigen Abend. Wir haben schon gestern darüber gesprochen. Toller Fans-Support von den Auster-Fans. Aber nach Schlusspfiff haben Sie dann ganz tolle Szenen abgespielt. Erzähl einmal. Ja, es war eigentlich unglaublich. Erstens einmal vielen, vielen Dank dafür. Die Unterstützung unserer Fans ist unglaublich. Seit ich hier Trainer sein darf, das macht mich unglaublich stolz. Ganze Stars, vor allem im Verein, sind dankbar dafür. Und das, was die Fans dieses Mal geleistet haben, dieses Auftreten als Verein, als Fan zeigt, was es bedeutet, ein Fußballfest zu gestalten. Und ja, einfach überragend. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn man dann sieht, wie sie gemeinsam mit den gegnerischen Fans feiern, Schals tauschen. Also das ist schon beeindruckend und zeigt auch nach Bildern in den letzten Wochen und Monaten, wie es auch anders gehen kann. So gehört sich das. Ja, Wiener David, zuletzt hat es ja immer so eine 1-zu-1-Serie gegeben. Gleichzeitig hat es hier diese tolle Serie mit den ungeschlagenen Spielen in Hütteldorf. Welche Serie bricht morgen? Welche Serie hält morgen? Ich hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen und die Serie auch hält, dass wir ungeschlagen bleiben. Ja, das ist für uns auf der Basал, dass wir uns einрать und wie ein paar lachen bei dir. Und das ist das Spiel. Ja, das ist das Spiel. Ja, das ist das Tucker, dass ich ein paar Tage halten soll. Und das ist ja fünf, weil ich jetzt sage mal, also, die혜li und die Musik durchfügt. Ja, da auch 2-3-3,3-4,3-4,3-4,3-4,5-5,4,5,5,5-5,5,5. Untertitelung des ZDF, 2020